Skrugbox nüt Mal sehen, auf der Ende mal leere aber Mein Gott, wir können es ja verbrauchen Jetzt habe ich glaube ich zu viele Channeln da unten Ne, ich darf nur einen verbrauchen, ja Aber nur kein Kabel mehr Kabel? So, komm her Ach, bin ich blöd Jetzt muss ja noch einen hoch Wenn ich mal gleich ein paar Kabel nehmen soll Egal Ach hier die Enko Oh ne, die Heißen die Enko oder heißen die Kabel? Da Kabeldinger Botti So So Sollte ich aber nicht hier? Egal Skrugbox, ist der denn online? Ja 26.000 noch Frage ist, wenn ich jetzt einen hier vorne hinwerfe Na, sagt er nicht auf Ist auch nicht schlimm Ich weiß ja, was ich verbrauche Ok, da bin ich auch zufrieden mit Das heißt, wir können hier die Ecke relativ gut zubauen Dann brauchen wir noch die Blöcke Ne, das sind die falschen Das sind die für den Tower Ne, das ist normales Marble Keine Ahnung, warum ich das da habe Ne, machen wir mal zwei, komm Dann habe ich wenigstens da was zu tun Dann habe ich wenigstens da was zu tun Das macht sie schon dann Spawn auf Fockel Nix Ob wir die sehnten spawnt Jetzt habe ich, glaube ich, noch welche von den Blöcken Da sind die von Äh, Bienen Im Bienen Da Die können wir immer gebrauchen Dann haben wir das olle Klicker von dem Ding auch nicht Dank dem Soundmuffler So, das einzige was man hört anklicken ist meine Maus Ich habe die ganze Wege Hab ich damals nicht alles fertig gemacht hier? Okay Oder hatte ich keine Blöcke mehr davon? Oh, 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 oh Ja, auf der Monstack Ja, hier muss man auf die Uhr achten Ja, hier muss man auf die Uhr achten Ich will ja eigentlich, ich will ja nicht, also ich mache nicht offline Das habe ich mir bei diesem Projekt ja gesagt, dass ich nichts offline mache Oder nicht das extrem meiste offline Neue Curbys aufstellen Ein bisschen rumtesten Und dann später wieder abbauen Sowas halt, das macht ja nix Aber jetzt halt nicht mehr so übertreiben Damals habe ich ja ziemlich übertrieben mit offline Sachen, da war ich ja relativ fix fertig Ich weiß nicht, weil mich das halt immer gefuchst hat, dass es nicht funktioniert hat und sowas Jetzt kommen die Sachen natürlich Ne, der ist stärker Ich kann jetzt ja ausschalten, so Der kann ja laufen Kann man mal schauen Ach, die werden jetzt natürlich immer hin und her ploppen Jetzt noch nach Potteln wandern Na gut, das ist natürlich jetzt klar Dass es jetzt immer rumwackeln wird Biene, 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 Biene Ich habe nie so viele voneinander, glaube ich Ne, das sind glaube ich Oder heißen die Dubao hier drin Ja, was sind sie? Kann ich mit irgendwelchen Bienen hier was machen? Ich kann mit Strom, kann ich Bienen, Liquid DNA machen? Liquid DNA Brot Brot Wett 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 Das brauchen wir nochmal weg Aber auch nicht Können wir jetzt noch was in den Coolen Jam Ne reinpacken? Schuhen wir mal kurz her Ja Wir haben noch eine Funktion für Brot gefunden schön ist die funktion fällig so ein sturm herstellen ja muss man allgemein mal gucken was man immer mehr raus sind und was nicht ich bin natürlich fuchs wenn das bestimmt durch die mitte machbar kann ich bestimmt irgendwo her gewinnen wir haben noch blutonium wir haben noch genug strom zu produzieren können holi müssen wir verarbeiten die bieber müssen verarbeiten das heißt das wäre als das nächste was wir machen können oder machen sollten dass das auch wegkommt könnte ich alles da hinten produzieren hinten im haus das heißt wir brauchen einen squeezer wieder ich habe kein glas glas habe ich wirklich kaum was sand ich glaube ich behalte mal ein bisschen mehr oder mal 300.000 oder so 200 könnte knapp werden 400.000 40.000 400.000 400.000 das kommt nämlich schnell weg ähm kann man lass es euch wieder zurückverarbeiten queschen oder so misswaiten pulverweisen schisseln schisseln sackmel quaschen quaschen das heißt aus den sandstone machen wir vier dinge das gebe ich auch zu 100% ne ich glaube das ist auch 100% zenten sind doch extra beiden gemacht wenn wir schauen da gibt es auch bestimmt ja 100% dann haben wir das noch so wenn wir mal sand brauchen dass wir in sandstone zu viel wird das ist ja die weise mit sandstone machen soll an sich ähm müssen wir natürlich hier vorne auch in auftrag geben ne lass ich den hier stehen der kann mir doch bestimmt sand machen wir nicht macht er jetzt glas macht er jetzt glas ne es ist das ist